Ich ziehe gerne Kabel, also grosse Kabelzüge oder auch öffentliche Beleuchtung. Da bin ich eher ein seltener Vogel, aber das mache ich sehr gerne. Mein Arbeitsalltag sieht aus, wir besammeln uns morgen, Material rüsten, Netz 9 und Laufbahnstecken. Als NetzElektrik kann man etwas für die Umwelt tun, indem man die Ressourcen spart, die eingesetzten Ressourcen auch gut recycelt werden, sodass man unnötige Leerfahrten vermeidet. So kleine Sachen. Ich habe mich für den Beruf von NetzElektrik entschieden, weil ich gerne draussen arbeiten will, gerne in die Hände kommen, etwas grübeln, bin gerne in der fröschen Luft, in der Höhe, im Boden, manchmal auch im Graben nicht. Das passt mir an die Anwechslung. Ich gehe morgen gerne auf und arbeite, weil ich einfach nicht die Berufe liebe. Ich bin Marc Wanzerried, ich bin Netzelektriker bei ASTRIB DEA.